ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir lucia dragon mary ja eigentlich hätte noch ein surplus paket vorher gehört das steht da jetzt schon wirklich sehr lang beziehungsweise die drei pakete aber das ist wichtiger das gab es diese black week diese black friday irgendwas warum auch immer ja habe ich bestellt und das ist meine bestellung die ist etwas dringender weil da sind irgendwo bruteier drin da meine sind die hier aufpasst und schneide ich dir deine nase ab da sind wir die überhaupt nicht möglich dann haben wir eine rechnung bin schon gespannt wo die bruteier drin sind ja das ist offensichtlich das wachtelkükenkorn provital dachte eins reicht für knapp 100 bruteier bis zur achten woche kriegen sie das und das sollte eigentlich reichen ich rechne mit maximal 50 aber mal schauen ist schon mal mehr geworden aber generell die bruteier die aus deutschland kommen also nach österreich da ja da ist das brutergebnis immer deutlich schlechter als wenn ich inland oder versende oder meine eigenen bruteier verwende die schnee räumung wir haben schnee 15 cm neue schnee und mir hat das netz vom hühnergehege zerrissen jetzt nicht nur einseitig sondern beidseitig also ich vermute mal die eier sind da drin weil da steht hochgefahr drauf mein gott ist das schwer das bevorzuge ich am wachtel shop tolles nistenmaterial für ratten wenn man ratten hat und entschuldigung hier gibt es ganz viel eifutter klassik kraft und auf aufzuchtfutter für wachen und hühner kann man auch für kanarienvögel und so nehmen drei stück ok nur spielt sich mit dem verpackungsmaterial dann haben wir hier blaumohn ich habe bestimmt mehr bestellt weil ab drei stück ist immer günstiger ich habe immer gedacht nehme ich mit eine kleine schaufel futterschaufel ist natürlich nicht für hinterlassenschaften weil da ist ein bisschen ungünstig geformt dann möchte ich für die hühner die kriegen ja einen neuen hühnerstall und ich habe keine tränkanlage mehr weil mit der jetzigen war ich generell schon nicht zufrieden das ist so anstrengend und diese da kommt das so in den kübel rein und das kann man dann dicht machen und da ist dann mit schwimmer also sobald das wasser drin weniger wird fühlt er sich automatisch nach ich habe mir zuerst überlegt ein 100 liter behälter aber das war mir dann im sommer doch zu viel weil es doch ein bisschen zu algig dann wird und irgendwas also was großes also mit nur 10 liter fange ich mal am tag nichts an also es sollte mindestens 20 bis 50 liter haben und große öffnung dass ich halt auch sauber machen kann davon habe ich vier stück rundherum habe ich mir gedacht drei vier so schaut es von unten aus die haben gelegentlich tolle sachen aber leider auch sehr viel blödsinn zum beispiel die schweine heuraufe für meine meerschönchen und kaninchen die ist top ja es gibt keine großen heuraufe alles so mini da passt nicht mal ein kilo heurau rein damit fange ich mal am tag nichts an so mineralgrit habe ich bestimmt auch mehr bestellt ja nummero zwei und nummero drei da ist schon etwas gebräuchelt irgendwas der sand rieselt im schnee leise rieselt der schnee ja leider draußen auch äh nicht wundern hühner und wachtel shampoo das finde ich süß geht nur leider nicht schärfer stellen ja ist jetzt natürlich nicht so dass ich meine meine hühner und wachteln jetzt jeden tag baden will oder selbst meine hunde bad ich also die sind seit zwei jahren nicht richtig also nicht ganz gebadet also mit shampoo im teich und so weiter schon aber halt nicht so wie man halt normalerweise baden versteht das ist zum beispiel für füße falls sie falls das gehege ein bisschen zu dreckig wird oder sie halt nur auf eine stelle machen hauptsächlich und dann da durchmarschieren sammelt sich auf den zähchen so kotballen die dann so schlecht weg gehen und da kann man zum beispiel das rein geben in seine wanne und die wachtel reinsetzen und ein gitter drüber dass sie nicht davon marschiert und ja ich habe keine ahnung ob die das trinken also ich würde das eher ausprobieren habe ich zwar sehr selten sowas das ist eher gedacht für nächstes jahr für ausstellungen wenn ich mit meinen tieren auf eine ausstellung gehe soll man die nämlich vorher baden irgendwie seltsam selbst die laufenten ich war dieses jahr mit meinen laufenten 93 und 94 punkte haben jeweils die pärchen gebracht und angeblich hat man mir gesagt wenn ich die vorher wasche mit sowas da zum beispiel dann ich glaube sogar mit kernseife hat irgendwer empfohlen da kenne ich mir aber noch zu wenig aus also bitte nicht nachmachen erst wenn ich dazu ein video mache oder von irgendwem anderen dass man die vorher baden soll dann gibt es mehr punkte keine ahnung da haben wir einen eine halterung für einen grid und pickstein warum auch immer das auf englisch ist das mit den händeln ist englisch gut dann mag ich halt händeln weniger ähm habe ich tatsächlich nur für die wachteln gekauft und da es ja dann einmal zwei ausläufe gibt einmal mit kanarienvögel einmal mit wellensichtlichen aber jedes mal mit lebe wachteln habe ich mir gedacht für mich zwei dann haben wir da ein schönes Brutanleitung wir begleiten sie zu ihren neuen Kükeln ja davon habe ich schon zig jedes mal schauen sie anders aus da kann man eigentlich sammeln naja ah ich habe da mit Eintragungen dabei hört man ja dann fast gar nicht das Bükel was ich auch irgendwo noch herumkübeln habe aber irgendwie ja wenn man dann zu viele brütelt dann hört sich das irgendwann auf ah da ist nochmal Mohn und da ist auch nochmal Mohn dann sollten wir jetzt von jedem drei haben das sind wahrscheinlich die Picksteine die mache ich die mache ich irgendwie liegt das schon zu viel das mache ich mal gleich noch so lala Grittstein auf der anderen Seite auch Grittstein Mineralfuttermittel für Wachteln und Geflügel ist es es ist schon spät ja neu verbesserte Rezeptur ich bin gespannt ich weiß so dass immer im Streu verschwunden ist und die Wachteln es nie wieder gefunden haben und beim Ausmisten dann irgendwann einmal ja weggeschmissen wurde weil ich das ja nicht selber mache da kommen entweder Leute oder eine Firma und ja wenn man da nicht so herausräumt oder nicht ausräumen kann wenn es einem zu schlecht geht dann ja dann ist sowas dann weg so das sind die Bruteier die machen wir dann auch gleich ein bisschen vorsichtiger so und dann haben wir dann noch Pick und Badesand Klassik es gibt auch noch welche mit Duft aber ich hasse Zimt also ich würde den Stall nie wieder bedrehen können ich finde Zimt so derartig grauslich und auf Zitrusfrüchte reagiere ich allergisch zumindest auf diesen Chemieduft wobei echte Orangen vertrage ich auch nicht echte Zitronen gehen aber ja aber das was man da so diese Zuckerlen und Dings und diese künstlichen Düfte die rechnen alle nach Chemie und nicht nach echten Früchten finde ich zumindest so nächstes Paket vom Paket da ist die Schachtel nicht hundertprozentig passend ich habe da noch Spielsachen die amüsieren sich gerade köstlich also ja ich habe ganz viele Brut Eier bestellt weil ich habe ganz ich habe momentan vier leere Brüter und ja ich brauche mehr Wachteln so frische Brut Eier die Verpackung kenne ich noch gar nicht wie geht denn das auf so also so zum rausziehen dürfen wir vorstellen erste Wachtelbrut Eierverpackung 100% ohne Plastik ihr könnt ja anhalten und lesen wenn man es lesen kann wenn man es lesen kann ja und tadaaa sehr interessant verpackt tatsächlich wie macht man denn das auf so eine Beschreibung wäre nicht schlecht wie man die Eier rauskriegt ohne sie zu zerstören ich mag die Schachtel ich mag die nicht zerstören also ich vermute mal so irgendwie ich habe keine Ahnung ich mache oben nochmal zu vielleicht geht das unten an unten geht es brauchen ja dann muss ich leider die Schachtel zerstören um an die Eier zu kommen na gut also da hat man auch oben da ist geschickt da ist geschickt was macht denn die Eier an da na wie darf es die da sein so und da habe ich jetzt noch ganz viele aha oben ist auch interessant oben also so und da haben wir stehen weiß geschickt davon haben wir schon eins auspackt ich werde das andere wieder einpacken das gehört einmal quer durchs Haus transportiert da haben wir nochmal weiß geschickt und dann wird das nochmal weiß geschickt sein ja und dann sind die unteren Tenebrosus geschickt ja he 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 ist das süß voll gut ja vorsicht Bruteier ja ich werde das jetzt aber wieder reinschlichten weil so transportiere ich es besser ja das war das unboxing ich muss die Bruteier spätestens morgen in den Brüter schmeißen ganz sanft natürlich schmeißen ganz sanft natürlich schmeißen ja und ja die Schachtel verschoben ich hoffe euch hat das Video gefallen und dann sage ich tschüss bis zum nächsten Video ist ja lang genug geworden bis zum nächsten Mal ich jetzt rühre ich schaue w tsch du 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 Untertitelung des ZDF, 2020